Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Um zu erfahren, was wir bis hierhin alles erlebt haben, solltest du dir die vorherigen Folgen anschauen. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch einfach mal ein Däumchen unter dem Video. Ich würde mich freuen und nun viel Spaß. Wer randaliert hier denn? Also ich habe jetzt 30, Andrina. Schön. 30 Federn. Ich habe gerade meinen Controller in den Mülleimer geworfen. Ich weiß nicht, warum. Ja, gut. Ist doch nicht so schlimm. Da gibt es neue. Ich habe 21. 40, 50. 53 brauchen wir. Ja, ich bring dir die Warte. Sonst kann ich es ja fertig machen und dann komme ich dann. Ja, dann kommst du nach Hause. Und du kommst und wir gehen noch etwas nach der Warte. Ja, nein, 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 nein. Geh du mal, mach mal. Ah, ja, Suppe machen, ja. Kannst du Suppe machen. Ich gehe Suppe machen. Ja. Es ist noch Suppe da. Oder Kohlsuppe kannst du glaub machen. Oh, wir riechen ein Hütchen zur Feier des Affiliate Jubiläums. Dankeschön. dann rohfleisch kohl kohlsuppe können wir verkaufen ich dachte wie essen das solch ja nicht alles manchen werden wir die suppen verkaufen es geht da müssen wir schauen was jetzt wert sind also jetzt das lohnt sich schon dass hier die idee die kochstelle der kochbord ja das sieht aus so wir können kochen und zwar wir haben noch holzschalen ja haben wir im material also die muss ich in der tasche haben ja ja was ist das denn für ein tünne ja man verliert immer viel zeit ich muss die holzschalen hier drin haben also ich hatte ja nur zehn gemacht ja deswegen also muss ich jetzt auch das ganze essen was ich dafür brauchen muss ich dann auch also nehme ich jetzt hier das rohfleisch raus ff dann nehme ich pilze muss ich auch alle rausnehmen oder was ja wenn du ja ja du hast ich habe alle bildsuppe ja es gibt eben verschiedene sorten ich habe ganz viele zwiebeln aber die die länglichen da die heißt jetzt die hat sie jetzt noch nicht jetzt habe ich alles eingepackt was so essenstechnisch ist dann können wir jetzt kochen und zwar kohlsuppe ja 20 stück können wir machen wir kochen übrigens wieder im dunkeln ich will nicht schlafen gehen wir machen jetzt die die nacht durch wir machen durch bis morgen früh und singen was nix 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 so ich habe ich habe kein fleisch mehr für die pilze kein fleisch mehr war aber ich muss da noch mal hin oder schau mal vielleicht mit gekochtem fleisch ob du auch mit dem kochen fleisch etwas machen kannst ja ich habe hier noch 19 gekochtes fleisch weiß ich habe kein geld wenn jemand geld hat jetzt geld dann drin ich weiss es habe deine buchhaltung gesehen ja ja ich weiß was spielen ja ja ich muss ich muss ich merke du wirst kontrolliert dann dreidem jupus wir brauchen ein pleitegeier als emoji ab heute kannst du sie verschätten das entsprechende hüteli findest du unter den emotes weitere lach und sachgeschichte geschichten findest du sicher auf adrinas discord schauf und werde ich das hüterline das ist das habe ich im ersten step gar nicht verstanden aber hier ist auch salzfleisch jaja also wir haben da ein problem das problem aber jetzt fehlen die riesen schirmlinge ab jetzt ab jetzt fehlen die wisse das sind die wissen die weißen ob jetzt ja ich weiß ich weiß ich weiß das tut mir so leid dass die fehlen so hast du nahrungsmittel in der tor aber sehr rot auch immer noch nicht aber ich habe jetzt die anderen was macht er denn hier das hier ff dnf ff alles was ich jetzt gekocht habe 50 was hast gesagt wie viele veder 53 53 Ich habe 52 Federn jetzt schon. Da siehst du, fehlt dir ja nur noch eine. Ja, aber ich tue noch ein bisschen mehr, im Fall, wenn es mehr ist. Warte mal, da war doch Kohlsuppe mit gebratenem Fleisch, oder? Ja. Warum habe ich die nicht gesehen? Ah nein, das ist mit Rohfleisch. Ach so, deswegen, dann soll die mal aufhören, da dauernd zu kochen. Schau mal, ob du etwas mit gekochtem Fleisch machen kannst, mit den Sachen, die wir haben. Die sind noch lange, die noch reichen. Habe ich jetzt die Suppe hier mit rüber getan, sag mal? Ich habe doch Pilzsuppe gemacht und andere Suppe. Ah, die ist 12, die gibt es 6, ich bin verkauft. Ja, ich meine. Ich habe doch zwei verschiedene Suppen gemacht, oder nicht? Kohlsuppe, ja, da. 20 Kohlsuppen. Ach, da. Oh, die ist 40 geworden, nimm die sofort wieder raus. Habst du doch, habst du doch, habst du doch. Habe ich, habst du, habst du. Die gibt 20, die gibt 20 pro Teller, Andrina. Es gibt 800 Tacken, oder? Es gibt keine Tacken. Gibt es keine Tacken? Nein. Tacken, 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 tacken. Euro. Das hat es für eine Katale. So, wir hätten hier mit gekochten Fleisch, mit Salzfleisch, hier ist mit Roh, warte mal, das ist Rohfleisch, Salzfleisch, Rohfleisch. Salzfleisch, Rohfleisch, Salzfleisch, Salzfleisch, Rohfleisch, alles nur Rohfleisch? Ja. Und Salzfleisch? Ja, genau. Ja, da müssen wir in die Mine Salz abbauen. Warte mal, hier gibt es ja noch, ach, das sind Brei, Brei wollen. Nein, das ist Brei. Haferbrei, Roggenbrei, Apfelbrei und Beerenbrei. Ja, da braucht es die Samen, weißt du, Andrina. Die haben wir ja nicht, die brauchen wir dann nicht. Anderes. Fleisch mit Soße, warte mal, hier. Ja. Drei Zwiebeln, aber da brauchen wir Holzteller. Ja, die kannst du machen, da haben wir ja. Aber guck mal, das Schema kostet 218. Ja, das ist frech, ja. Und so viel Geld haben wir leider nicht. Nein. Also ich hätte schon, doch. Ja, aber jetzt tun wir es noch nicht, wenn wir noch nicht. Aber Kohlsuppe bringt noch recht gut, finde ich. Ach so. Was? Das ist ein schöner Wert. Kohlsuppe und Pilzsuppe bringt zwölf, also nicht viel, ne? Also sechs. Also Pilz bringt nicht viel, aber immerhin, gell? Aber wenn wir schon so viele Gratis-Pilz haben, weißt du, was ich meine? Ja, 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 aber du musst tatsächlich dann von allen haben und das ist das Problem, ne? Ach, ich bin erschlagen, Andrina. Nein. Aber das kommt schon wieder. Ich muss nur einen Moment bewusstlos. Soll ich dir helfen irgendwie? Nein, nein. Ich stehe schon wieder. Hast du ein Feuer? Ja, ja. Gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Schlafen? Gut. Ich schlafe jetzt hier bei irgendwem, weil ich nichts sehe. Fußräte? Nein, nein, die schläft ja in dem kleinen Bett. Ich schlafe alleine in dem Doppelbett. Das stellt's gerade die. Oh, das geht. Bezug. Schlaf jetzt. So. Oh. Was? Nix. Nix, nix, nix. Alles gut. La, la, la. Was ist passiert? Du bist auch im Mann. Ich schau den Stream rett durch. Ich schau das. So. Ich komme jetzt mal zu dir und dann werden wir mal ein bisschen die Suppen verkaufen. Ja, super. Feder habe ich jetzt 56. Das reicht. Jetzt nehme ich Quest an. Ja, dann nehme die 53er Queste. 53 Federn Quest. Brot und Salz steht da. Dankeschön für den Tee, für Gilio und für mich. Oh. Jetzt haben wir das grosse. Entschuldigung. Ich weiss nicht, ob du es gesehen hast. Jetzt haben wir das grosse Haus. Preingeschaltet. Aber das können wir noch nicht bauen. Das kostet Geld. Oh, warte mal. Da ist ein Fisch. Warte mal. Habe ich den Fischbeer? Warte mal. Den Fischbeer mache ich mal auf. Ich habe ja immer mit dem Speer zentriert, Andrina. Und habe ja nie getroffen. Man muss ja das Kreuzchen nehmen, zum Abschiessen. Weisst du? Ja, ja. Was ich meine. Ich habe immer den Speer genommen und habe mich immer geärgert, dass ich keinen treffe. Aber man muss ja das Kreuzchen auf den Fisch richten. Neben den. Ja, genau. Ah! Jetzt! Wer hat ein Hecht? Ja, klar. Super. Und? Weisst du, mit was ich habe? Nicht mit dem Fischbeer. Mit was? Sondern mit dem Steinspeer. Okay. Das geht auch, ja. Mit den Gefielbogen geht auch. Ah! Wer hat ein Hecht? Wer hat ein Hecht? Super. Die können wir auch brauchen. Die werde ich gleich verkaufen, ne? Nein, nein. Nicht verkaufen, Andrina. Warum nicht? Hier sind Riesenschirmpels. Ach, Menno. Ja, aber ich habe die... Die sammeln wir jetzt einmal, weil ich nicht weiss. Die haben ja zuerst rote Augen. Da kommt sicher noch mehr. Petri, heil, Andrina. Petri, danke, lieber Helmut. Boah, der war cool. Ich habe den getroffen. Petri, heil, sagt es ja. Ich bin Fischer. Dankeschön, Frau Flo. Dankeschön. Aber ich sollte jetzt vielleicht die Achse in die Hand nehmen wegen den Wölfen, ne? Mhm. Das ist vielleicht, ähm... Also wenn wir sie am Anfang töten... Oh, Bär! Bär! Nein! Doch! Nein, das ist ein Dings. Ein Büffel! Ein Büffel! Ja, aber der macht... Hilfe! Das ist riesig gewesen. Ja, jetzt... Ähm... Abhauen! Uff! Wo bist du denn da durchgelaufen? Wo bist du denn da? Oh! Wo bist du denn da? Wo bist du denn da? Wo bist du denn da? Wo hast du denn gefunden, herrschte? Oh, nein, nein! Ui, 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 ui! Alter Vater! Äh? Oh, der kommt noch! Der ist im Sumpf! So ehrlich! Der kommt noch... Dann durch mit dem Viehpocken! Nee, das ist ein Bär! Nein! Das war ein Wieseng, oder? Nein! Nicht so nahe! Nicht so nahe! Ich bin mal links überrüber! Warte mal! Noch mehr links! Noch mehr links! Warte! Nein, so gehst du zu nahe drinnen! Hast du die Ansicht für die Tiere? Das war ein Bär! Wo bist du denn da gelandet? Das Bärgebirge! War das jetzt ein Bär oder ein Büffel, Leute? Was habt ihr gesehen? Ich hab ein Bär gesehen gesehen! 53,50, ja, gut! Da hinten ist der irgendwo! Bär ist, gell! Ein Bär oder ein Büffel? Ein Wiesent! Okay, es war ein Wiesent! Die sagen, es war ein Wiesent! Also, ich hätte jetzt auf einen Bär getippt, aber... Ja, er ist halt schon wuchtig! Aber, äh... So, jetzt... Er schreit wie Sau, ne? Ich hab ein paar Feder übrig! Ja, möchtest du, möchtest du jetzt den Wiesent fangen, oder nicht? Ja, wir können es ja dann probieren, aber ich muss schauen, wo du bist! Ja, ich hab jetzt die Quest abgeschlossen! Ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen! Ich schau mal schnell! Wer ist denn das hier? Ist das echt eine lange Quest hier? Mit dem Gälen? Ja, das ist wahrscheinlich eine lange, Frau Quest! Dann komme ich in deine Richtung, Andrina! Ich komme zu dir! Oder wenn wir, wo zuerst komm'n... Ich hab einen Punkt gesetzt! Wirst du zuerst verkaufen kommen, und dann gehen wir zusammen zurück... Hast du hier einen Punkt gesetzt, wo ich bin? Ja, warte schnell! Ja, ich hab den Punkt gesetzt! Okay, dann komme ich jetzt zu dir! Ja, da kommt's zu! Boah, hab ich mich gerade erschrocken! Alter, Vater! Boah! Boah! Oh, da links ist auch einer gewesen jetzt! Ja! Schnell, renn! Mein Vater sagt immer, nimm die Hände in die Hände! Nimm die Hände in die Hände! Ja, genau, die Füße in die Hände! Ja, und renn! Bis gleich, liebe Gret, bis gleich! Nimm die Hände in die Füße! Nee, die Füße in die Hände! Ach, egal! Die Beine in die Hände, oder wie? Ja, irgendwie sowas! Dann renn, ja, die Beine in die Hände! Oh, Herzinfarkt! Hilfe! Angst hat sie nicht, aber lange Beine ist im Weglaufen! Ja! Glaubst du es? Naja, dann verraten sie es. Ich schweigte noch so in meinem Hecht drinnen, weißt du? Wenn du es nicht erwartest, und wenn du suchst, findest du keins! Hast du es schon? Schon ein bisschen? Ich habe nur braun, braun ist irgendwas vor mir gesehen, du! Mann, Mann, Mann! Eieieieiei! So! Ist es egal, bei wem ich meine Suppen verkaufe? Ja! Dann mache ich das bei Dotzi mir! Dummer, dummer, dummer Ding! Ah, der ist schon schon reich da, ja! Der ist immer reich! Getrocknete Datteln, getrocknete Feigen! Ist heutig nicht da, gell? So! Wie heisst sie? Die Sonja ist heute nicht hier, he? Also, für die Kohlsuppen, für die 20, kriegen wir 400 Tacken! Schön! Und für die Pilzsuppen, mh, ich habe es doch mit 109! Also, wir haben jetzt 200! Aber nein, nein! Jetzt haben wir 700! Nein, 200! Ich habe es gesehen, Rina, 67, hat er aber schnell gelöst! Genau, nimm die Beine unter die Arme und lauf! Genau, Michael, so! So ist, ähm, da ist sie, die Frau Irvo. Ja! Was willst du denn hier? Ich habe nichts mehr, ich habe jetzt Quest abgeschlossen. Ja, wollen wir jetzt zu den Büffeln gehen? Genau, ich nehme schnell meine Filbocken in die Hand, so! Und wir rennen los! Hallo, Vogel! Hey, jetzt sind sie da, die Vogel, die Vögel! Ja! Ich muss mal einmal ganz kurz, ich möchte mich hydrieren! Ja, ich auch! Ach, komm, ich komme hier nicht über den Zaun, eh! Ich finde die neue Zeilen so schön! Ja, die sind wirklich gut! Ja! So! Dann schiebe ich mir nochmal ein gebratenes Fleischchen hinter, wenn ich noch eins habe, habe ich natürlich nicht! Willst du von mir? Ich habe, glaube ich, viel! Zeig mal! Ja, ich komme! Nimmst du von mir, Rina? Natürlich! Aber nur, wenn du es nicht angebissen hast! Ja, ich tue jetzt X! Nicht anfressen! So, bekommst du zehn Stück! Dankeschön! Aber die sind ja doch angebissen! Nein, nein! So! Nur ein Lidlbitt! Ein Lidlbitt! So, gehen wir los! Ja, ich warte hier nur auf dich! Ich bin schon am Laufen! Aber stehen bleiben gehört nicht zum Laufen dazu! Ja, ich bin am Studierenden weg! Wo warst du denn? Ja, du hast doch da einen Punkt gesetzt! Ja, aber das ist ja nicht bei uns in der Nähe von uns zu Hause! Nein, das war auf dem Weg hierher! Bist du auf Abwegen? Ich war ein... Ich gehe doch nie Wege! Seit wann gehe ich denn Wege? Ja, aber da ist ja komischer Abweg! Wo bist du? Was ist das hier? Was ist das? Oh, was ist das? Weiss nicht! Oh, cool! Was ist denn das? Aber den Ort stehlen! Nein, nein, nein! Nicht mitnehmen! Nein, nein! Nur in der Nacht! Warte mal! Jetzt sind wir in der Nähe! Wo habe ich denn die Marke? Ich habe die Marke bei mir zu Hause! Du hast die Marke auf mich gesetzt! Nein, nein! Auf die Landschaft! Ja, ja! Aber auf mich da, wo ich da stand! Ja! Genau! Jetzt da müsst ihr sehen! Da 200... Da ist auf jeden Fall Sumpf und so! Warte mal schnell! Ich schaue mal hinter... Haben wir die Tieransicht schon? Und Pilzhammer! Oh, da ist noch ein Haus! Und rein! Neues Haus? Nein, das ist das... Alter, das haben wir schon! Das sind wir noch nie durch, oder? Sind wir da schon durch? Oh, da waren wir tausendmal schon... Das ist das mit dem Keller! Wie ist das der Weg? Das mit dem Keller! Das leuchtet und kreucht da! Guck mal in den Keller! Das tönt da! Das glaubt, das ist leer! Lea, Lea! Schimmer, Lea! Keller, Lea! Jetzt damit, wie sind sie irgendwo? Da sind die, wie sind irgendwo... Was auf... Ist hier Sumpf oder so? Ne... Aber das ist eine Kiste, guck mal, die nehmen wir mit! Was auf ist sicher der Falle in der Kiste, ist das eigentlich? Schau! Ah, das ist eine Schaufel? Ich nehme die Kiste, du die Schaufel! Weißt du, nimmst Geld und ich nehme wieder den... Der Hafer! Oh, super! Und Mehl, eins! Ja! So, wie sind... Wo sind die? Aber hier ist ja gar kein Wasser! 130... Ja, hier, an der Brücke! Ah, ja, da! Ja, hier hinter irgendwo! Ah, mit, wie sind da... Komm, wir gehen mal von hier oben! Ja, immer oben oben! Das ist vielleicht besser! Ich jage immer oben runter, wenn es geht! Stehst du oben runter? Nein, noch nicht! Von oben nach unten jage ich immer, wenn es geht! Äh... Was ist es dir über? Ich glaube, ich jage immer umgekehrt! Ehrlich? Ich schaue immer, dass ich oben... Wir hatten das... Hä? Wir hatten das Thema bei Subsistence, den, 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 den... Oma jagen, von oben oder unten! Mhm! Und ich habe ihn am liebsten glatt gehabt! Ich will immer oben am Tier sein! Weil... Wo bist du denn? Ja! Aber ich sehe nichts jetzt! Ah, warte, warte, warte! Ja, er hat dich ja verfolgt, oder? Ich... Nee! Doch, ich sehe eins! Oh! Komm zu mir! Guck da! Da, da! Zwischen den Bäumen! Ah, da, ja! Wolltest du nicht? Dann schiessen wir zusammen? Oder hintereinander? Ja, zusammen, ne? Wo ist er jetzt? Jetzt sehe ich mich nicht mehr... Da, hinter dem weissen Baum! Bei mir ist es jetzt in dem weissen Baum! Sterben wir jetzt? Huch! Komm mal hier dringend, komm mal zu mir! Ich sehe ihn nicht, warte, Trina! Da! Da in die Richtung! Ei, was hast denn du für Augen? Was sind das zwei? Was sind's da? Das sind zwei sogar! Ja, das sind sicher zwei! Und auch mein Drei im Ganzen! Scheisse, aber ich sehe ihn nicht! Ah, dort! Was ist jetzt? Warum kann ich jetzt nicht schiessen? Scheisse! Ich kann, ich kann nicht! Nein, lauf! Lauf, komm! Ja, hätte ich schon gespannt! Ja! Ehrlich, du! Hast du keine Pfeile mehr? Das ist ein bisschen zu melden! Ja, viele sind draussen gewesen, dabei habe ich ja genug! Ich weiss nicht, was das für ein Bug ist! Das scheisse mich an! Ehrlich! Das nervt, du! Ehrlich! Warte, bleib stehen! Ah, sie kommt noch, sie kommt noch, sie kommt noch, sie kommt noch, sie kommt noch! Aber ich würde versuchen gerne mal mit dem Speer oder so! Das kann ich nicht! Ja, mach du mal, aber ich bin mit dem Speer gar nicht! Ich tue mal! Wo ist er? Ich habe ihn einmal getroffen! Ja, ich habe ihn vorher nicht sicher getroffen! Ja, ich habe ihn nicht sicher getroffen! Die hauen ab! Die hauen ab! Ich schritt! Ich sehe dich nicht! Oh, okay, warte mal! Ähm... Axt! Axt! Und drinnen! Da! Wo ist er? Der läuft im Kreis! Dein Ernst? Ja, er heft! Da, kann er angeschossen! Er ist tot! Oh! Der andere kommt, Andrea! Der andere kommt! Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht! Ich schieße ihn an! Er ist auf und weiter, man, Andrea! Er ist tot! Beide! Hat es noch einen dritten? Normal hat es ja drei, oder? Oh, nein! Da waren nur zwei! Ich habe nur zwei gesehen! Ah, das gibt schön Fleisch! Warte! Ja, doch zwei! Oh! 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 Herz! Kannst du mal klopfen? Schlag mal! Irgendwie so ein bisschen! Hei, 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 hei! Ist gut? Nein! Steinfeile sammeln! Ja, ja, sammle du mal Steinfeile! Ist mir wurscht! Nein, das ist ein Stein... Steinfeile! Wie das Haus hat den Keller, das sage ich zum ersten Mal... Das hat Frau Flo mir gesagt, dass er den Keller hat! Ja! Das hat Frau Flo mir gesagt, dass das ähm... Oh! Mein Herz fängt gar nicht... Kann man da... Kann man da... Ich brauche... Ich hatte das auch bei mir angeht... Jetzt irgendwie bin ich schon ein bisschen... Abgehärtet! Toll! Ich brauche einen Defibrillator! Ja, Defibrillation! Ja, ja! Oh! Ach, komm, ich geh da noch in die Häuser... Hey, ich geh jetzt... Warte mal! Ich hörte noch was! Warte mal! Ich hörte noch was! Warte, 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 warte! Ja, da ziehe ich noch! Da! Die anderen... Ich hab noch was gehört! Ich möchte mal eine anständige Axt! Oder mal eine Eisen-Axt! Oder so einen Prügel da! Ja, dort ist ein Haus! Das... Das ist der... 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 Das ist der...